Lass das Sushi rollen! Ich verstehe schon, Sushi rollen. Das war kein Witz, das war eine unglückliche, zufällige Abfolge von Worten. Lass das Sushi rollen! Ich bin in zwei Minuten wieder da, dann werde ich eure Arbeit beurteilen. Sushi in eine Packung legen ist doch einfach. Da hast du recht. Und schon geht es los. Ja, mit dem Verpacken von totem Fisch. Oh ja, das ist eine echte Herausforderung. Na gut, das ist vielleicht nicht der aufregendste Job der Welt, aber wenigstens verdienen wir genug Geld, um Mom und Dad neue Möbel zu kaufen. Hey, hey, schnapp dir den, schnapp dir den los! Oh, alles gut, keine Sorge. Ups, oh, das Ding geht jetzt irgendwie schneller. Geht's auch ein bisschen langsamer? Oh, oh, hey, schnapp dir die Teile! Ich schnapp sie mir, ich schnapp sie mir! Räum sie auf die Seite! Ich versuch's ja, ich versuch's ja! Lass sie nicht durch, lass sie nicht durch! Josh, die kleben! Ja! Oh, sie kommt wieder rein! Beeil dich! Ausgezeichnet! Ihr Jungs erledigt eure Arbeit ganz hervorragend. Gebt doch mehr Gas da draußen! Gas geben? Beeil dich, schnapp sie dir! So's ja, ich versuch's ja! Alles gleich, alles gleich! Ich schaff das! Ich hab sie! Ich schaff das! Oh, danke dir lieber, gut! Na schön, na schön! Ich schaff das! Kommt schon, geht das auch langsamer, bitte! Wir sind nur kleine Jungs! Komm schon, schnapp sie dir, Joshi! Oh, Drake, lass sie nicht in der Sushi lauf! Sie fallen wieder runter! Sie fallen wieder von der Deck! Scheiß ich schon! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!